Ich begrüße euch zum nächsten Guard von Darksiders 2. Zum nächsten Mal haben wir in die Stadt 3 stehen und haben dort mit dem Bruder geredet und sind dann hierhergeritten zum Kessel im ersten richtigen Gang. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, bin ich ja schon richtig in der Wirft gestiegen. Hm. Na, ich werde mal die Fähigkeit verbessern. Oh, 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 was ist das denn? Oh, ich werde mal die Fähigkeit verbessern. Oh, ich werde mal die Fähigkeit verbessern. Oh, ich werde mal die Fähigkeit verbessern. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dafür brauche ich einen Schloss für die Tür. Hier bin ich schon reich. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das war's für heute. 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 Und ein weiteres Schatztor. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.